Ja, moin und herzlich willkommen zurück. Wir reden heute mal wieder über Jill und Lars, denn nach dem Video, das ich gestern aufgenommen habe, gab es noch einige neue Entwicklungen, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen. Und ich glaube auch nicht, dass es das schon war mit dieser Geschichte. Wenn es was Neues gibt, halte ich euch wie immer auf dem Laufenden. Aber bevor wir anfangen mit den neuen Geschehnissen, muss ich euch noch kurz zwei Hinweise geben. Und keine Sorge, das hat diesmal nichts mit Abos oder Likes oder sowas zu tun, sondern der erste Hinweis ist, ein paar von den Screenshots, die ich euch jetzt zeigen werde und über die ich jetzt mit euch reden werde, habe ich schon bei Insta geteilt. Das heißt, falls ihr mir auf Insta folgt, dann kennt ihr das vielleicht schon, dann könnte das vielleicht ein bisschen langweilig sein. Nichtsdestotrotz sind aber noch ein paar neue Sachen dabei, die ich jetzt noch nicht bei Insta geteilt habe. Und ich weiß auch, dass viele Leute, die mir bei YouTube zuschauen, entweder gar nicht auf Insta sind oder das zumindest nicht so aktiv verfolgen. Deswegen, ja, tut mir leid, wenn es jetzt ein paar Wiederholungen gibt, aber anders geht es diesmal nicht. Kommen wir zum zweiten Hinweis, denn Jill hat jetzt heute vor kurzem diese Story geteilt. Ich lese sie mal eben kurz vor. Ich werde heute im Laufe des Tages ein Statement posten. Ich wollte nie, dass die Trennung und alles drumherum so sehr in die Öffentlichkeit gelangt. Jedoch nutzt Lars diese Situation aus und stellt sich in die Opferrolle. Er ist nicht das Opfer und das werde ich euch heute versichern. Er ist ein Meister in Sachen Manipulation. Sowas lasse ich mir nicht länger gefallen. So, das jetzt erstmal nur als Anmerkung. Wir haben jetzt 11.41 Uhr zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video starte. Das heißt, ich drehe das jetzt erstmal, dann muss ich das kurz schneiden, dann muss ich das noch hochladen. Das dauert dann auch immer ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Statement in der Zeit, wo ich mit diesem Video beschäftigt bin, schon hochgeladen wird oder erst später. Auf jeden Fall wird es nicht in diesem Video thematisiert werden. Aber falls das später hochgeladen wird, dann werden wir natürlich noch darüber sprechen. Keine Sorge. Wenn ihr das Video gestern geschaut habt, dann erinnert ihr euch wahrscheinlich noch daran, dass Jill gesagt hat, dass bei diesem Vorfall auf dem World Club Dome eben Melina und Alex als Zeugen dabei waren. So, und Melina hat sich daraufhin geäußert, beziehungsweise zweimal. Meine liebe Sarah von Reality TV Portraits war mal wieder super, super schnell und hat den ersten Kommentar eingefangen, der allerdings im Nachhinein gelöscht werden musste. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch den original ersten Kommentar auch noch zeigen. Ich habe hier ein Wort rausgestrichen und ihr werdet gleich auch verstehen, warum. Auf jeden Fall hat Melina erst einmal kommentiert. Ach, das war unter dem Beitrag von Instacringe TV. So, Melina hochschreibt, bei manchen Kommentaren, hier kommt es mir echt hoch, war jemand von euch dabei? Ich habe weder viel mit Jill zu tun, noch kannte ich bis zum World Club Dome Lars. Geschweige denn, kann ich über die Beziehung urteilen. Was ich aber sagen kann, dass Lars Jill am Punkt, Punkt, Punkt gepackt hat, ebenfalls im Gesicht und das nicht auf die freundliche Art. Was auch sowas von zu weit ging, dass ich dazwischen bin. So, das war Kommentar Nummer 1. Daraufhin war dieser Kommentar ja verschwunden und zwar aus folgendem Grund, ich lese es mal eben vor. Melina hochschreibt weiterhin, auch wieder unter dem Instacringe TV-Beitrag. Also, da mein Name in dem Interview genannt wurde, werde ich da jetzt mit reingezogen. Also, gut, Lars, dann war es halt das Kinn und nicht der Hals. Also, ja, Jill hat ja erzählt, wie Lars sie so, ihr werdet euch daran erinnert, am Kinn gepackt hat und das bestätigt Melina hiermit. Zweitens, also ja, das mit dem World Club Dome stimmt, das war direkt neben uns und ich bin dazwischen gegangen. Drittens, ich bin mit keiner Partei befreundet. Ich weiß nichts über diese Beziehung und nicht, was sonst noch so vorgefallen ist, ist auch nicht mein Bier. Ein paar Leute oder ein, zwei Leute haben mir geschrieben, warum schreibt sie den dritten Punkt überhaupt dazu. Ich glaube einfach, dass Melina damit klarstellen wollte, dass sie weder mit Jill befreundet ist, noch mit Lars und deswegen auch vollkommen unparteiisch ist und einfach nur objektiv erzählt, was sie eben auf dem World Club Dome beobachtet hat. Das war also Zeugenaussage Nummer 1 von Melina Hoch. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, mir war es wichtig, das klarzustellen und mir ist es auch wichtig, dass so Leute das mitbekommen, dass Melina das eben so bestätigt hat. Ich hatte ja gestern noch die Vermutung, dass sie sich vielleicht raushalten wird, aber bin froh darüber, dass ich mich geirrt habe und dass sie sich tatsächlich dazu geäußert hat. Denn ich muss sagen, ich finde es super krass auf Social Media, wie Jill gehatet wird. Und ich habe eigentlich schon ein bisschen damit gerechnet, weil Jill irgendwie ständig Hate bekommt, selbst wenn sie nichts falsch macht. Und das heißt nicht, dass Jill irgendwie komplett unschuldig ist, ein kompletter Engel und in ihrem ganzen Leben keine Fehler gemacht hat und so. Das ist nicht so. Aber ich finde, dass viele Leute Jill einfach nicht leiden können und deswegen auch gar nicht objektiv auf diese Angelegenheit schauen. Und aus Prinzip, also manche Nachrichten, die ich auch bekommen habe, da bin ich wirklich froh, dass ich diese Nachrichten über Jill bekommen habe und nicht Jill selbst, weil das wirklich teilweise eklig ist, was Leute über sie schreiben. Einfach nur, weil Leute sie scheiße finden, weil Leute sie nicht mögen. Okay, ist legitim. Aber das heißt nicht automatisch, dass Jill immer lügt oder dass Jill irgendwie immer manipuliert oder was auch immer die Leute ihr alles unterstellen, ohne irgendwas zu wissen. Melina war dabei, Melina bestätigt das und Melina weiß das besser als alle von uns, die nicht dabei waren. Und ich finde es wirklich krass. Ich mag auch nicht jeden. Ich persönlich, ja, ich mag Jill. Ich mochte Lars auch, bevor das alles ans Licht gekommen ist, mochte ich beide so ungefähr gleichermaßen von dem, was ich bisher von den beiden mitbekommen habe. Aber selbst wenn ich die beiden nicht mögen würde oder nicht Jill mögen würde oder so, finde ich, muss man trotzdem versuchen, da wirklich ein bisschen objektiv zu sein und jemandem nicht sofort Lügen zu unterstellen, nur weil man die Person nicht mag. Also ich würde mich freuen, wenn ein paar Leute da in Zukunft ein bisschen drauf achten würden, denn ich bekomme immer mehr den Eindruck, dass es viele Leute auf Social Media gibt, die nur, weil sie irgendeine Person, nicht nur Jill, aber irgendeine Person nicht mögen, sich darüber freuen, wenn dir was Schlechtes passiert oder wenn ihr was Schlechtes passiert, die ihr das sofort nicht glauben. Und das heißt nicht, dass man sofort alles glauben muss, was behauptet wird. Natürlich kann man immer eine gesunde Skepsis an den Tag legen, aber diese ekligen Kommentare, die über Jill geschrieben wurden, die waren echt bodenlos, muss ich sagen. So, weiter geht's mit Zeugenaussage Nummer zwei und zwar Herr Finn Feige. Wir tun hier so, als wären wir ein bisschen vor Gericht. Er schreibt auf jeden Fall auch wieder unter dem Beitrag von InstaCringeTV. Wir waren tatsächlich die Gruppe Jungs nebendran, ich muss ihr Recht geben, der Ex-Freund von ihr hat ihr mitten ins Gesicht gespuckt und das vor sehr vielen Leuten beim World Club Dome. Ich wünsche ihr alles Gute. So, der Fairness halber muss man jetzt natürlich dazu sagen, wir kennen diesen Finn Feige nicht, wir wissen nicht, ob das wirklich einer der Jungs war, die ein Foto von Jill haben wollten und ob er das wirklich alles mitbekommen hat. Keine Ahnung, ist für uns eine unbekannte Person, aber ich glaube, das fügt sich alles zu einem großen Bild zusammen und ich finde den Kommentar mehr glaubwürdig als unglaubwürdig. Der Vollständigkeit halber wollte ich euch den jetzt einfach nur nochmal zeigen, obwohl natürlich nicht bewiesen ist, dass dieser Finn eben wirklich in dieser Gruppe war. Lars hat auch wieder eine Story geteilt und mal wieder waren die lieben Girls von sowohl Reality-TV-Portraits als auch Trash-Formiert super schnell und haben diese Story eingefangen und haben auch sehr, sehr gute Kommentare dazu geschrieben. Das möchte ich euch jetzt einmal hier vorlesen, also Credits an die beiden Girls, finde ich sehr, sehr gut. So, Lars hat erstmal eine Story gepostet, wie gesagt, die lese ich jetzt vor, die wurde daraufhin wieder gelöscht, mit drei so kleinen Screenshots von WhatsApp-Nachrichten, die von ihm stammen. Aber man muss halt wieder so wie gestern dazu sagen, wir wissen jetzt nicht, ob diese Nachrichten wirklich an Jill gegangen sind. Es ist natürlich in der Theorie auch möglich, dass er sie jetzt irgendwie gestern Abend oder vorgestern Abend an irgendeinen Kollegen geschickt hat und das dann einfach gescreenshottet hat. Ja, muss man dazu sagen, sowas lässt sich sehr, sehr, sehr leicht fälschen, will ich ihm nicht unterstellen, aber sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man sowas sieht. Und zwar Screenshot 1, habe mich schlagen lassen, mir Lügen unterstellen lassen und vieles mehr und hatte immer die Hoffnung, du begreifst es irgendwann. Screenshot 2, kein Grund, jemanden zu schlagen und Nummer 3, mit dem hat es nichts zu tun, du solltest deine aggressive Art und dein Schlagen und Schreien im Griff bekommen. So, ich weiß nicht, ob was da dran ist, das habe ich euch gestern schon gesagt, keine Ahnung, was hinter geschlossenen Türen vor sich gegangen ist, ob Jill ebenfalls handgreiflich geworden ist, das sind jetzt natürlich Behauptungen von Lars. Wenn das zu Hause passiert ist, dann ist auch klar, dass es keine Zeugen dafür gibt. Wenn es Zeugen für sowas gäbe, dann würde ich euch das selbstverständlich auch zeigen, aber diese Aussagen von Lars wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht belegt. Nur, dass keiner denkt, ich bin hier irgendwie total subjektiv und nur weil ich Jill gerne mag, bin ich auf ihrer Seite oder so. Nein, auf Gilles Seite gibt es eben Zeugen und bei Lars eben nicht. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht vorgefallen ist und wenn Jill ihn wirklich geschlagen haben sollte, dann geht das natürlich auch nicht, das ist klar. Das habe ich ja mittlerweile schon wirklich eine Million Mal gesagt, dass Schlagen von keinem Geschlecht ausgeht. So, und Lars schreibt dazu, ich habe diese Frau nie geschlagen, das war andersrum der Fall und da kommt noch viel mehr dazu, hier sind Nachrichten von mir an sie. Ich lasse mir so etwas nicht unterstellen, habe sie nie geschlagen, krank, dass es soweit kommen muss und ich mich für sowas rechtfertigen muss. So, und meine liebe Sarah hat dazu geschrieben, Jill hat nie gesagt, er habe sie geschlagen, ja richtig, von Schlagen war nicht die Rede, sondern von diesem eben anpacken und anspucken, aber ich lese wieder nichts von nicht anspucken, nicht am Gesicht oder Hals packen. Richtig. Jill hat das nie gesagt, dass er sie geschlagen hätte, sondern dass er sie eben so am Kinn angepackt hätte und ihr ins Gesicht gerotzt hat. Total demütigend, ne? Ja, aber das dementiert er hier irgendwie nicht. Warum nicht? Weil das anscheinend so passiert ist. Gibt ja auch Zeugen dafür. Interessant auch, Achso Trashformiert schreibt dazu, interessant auch, dass er sagt, er hätte diese Frau nie geschlagen und nicht allgemein nie eine Frau geschlagen. Ja, weil er hier, genau, ich habe diese Frau nie geschlagen. Ja, muss jetzt natürlich nicht unbedingt was heißen. Weiß ich nicht, aber ist schon ein guter Hinweis, die Art und Weise, wie er das geschrieben hat. So, kommen wir zu Zeugen Nummer drei und vier. Das sind keine Zeugen, die beim World Club Dome dabei waren, bei genau dieser Situation mit dem Anspucken, sondern die eben die beiden schon vorher kannten, schon seit dem letzten Jahr. Und ich habe ja, als ich bei Insta den ersten Teil des Videos gepostet habe, hatte ich dazu geschrieben, krass, das würde dazu passen, was Kamil, den wir ja vom letzten Jahr Ex on the Beach kennen, Was er letztes Jahr schon behauptet hat, das habe ich euch gestern auch schon erzählt, deswegen nur ganz kurz zur Wiederholung. Kamil hat ja schon ein paar Geschichten erzählt, und zwar, dass Lars von einer Veranstaltung rausgeflogen sei, weil er besoffen zu aggressiv war. Und dass er am Zentrum bei irgendeiner Veranstaltung auch schon so Eifersuchtsattacken geschoben hat, als Jungs ein Foto mit Jill machen wollten und so. Und deswegen haben Kamil und ein paar andere damals schon ein bisschen vor Lars eben gewarnt. Das heißt, wer das alles so letztes Jahr schon mitbekommen hat, für den war das jetzt keine riesengroße Überraschung. Ich habe ja gestern schon gesagt, ich dachte, okay, vielleicht ist er ein bisschen eifersüchtig, aber mittlerweile melden sich so viele Leute, die Ähnliches berichten. Auf diese Story hat mir eine andere Person von Ex on the Beach geschrieben. Ich habe die auch gar nicht direkt gefragt, ob ich die mit Namen posten kann, sondern habe direkt gefragt, ob ich das anonym teilen kann, einfach weil ich diese Person auch ein bisschen schützen will. Ich möchte einerseits, dass eben bekannt ist, dass letztes Jahr schon solche Erfahrungen mit Lars und Jill gemacht wurden, aber ich möchte auch nicht, dass diese Leute, die sich für Jill sozusagen einsetzen und eben erzählen, wie es auch schon im letzten Jahr war, dass die irgendwie auch noch belästigt werden, weil ich finde, auf Social Media geht es gerade echt sehr, sehr krass zu. Ja, auf jeden Fall hat mir eine Person geschrieben, ja, direkt nach Ex on the Beach hat das angefangen, also ich war da nicht dabei, aber Julia, Roma, Kamil etc., da haben wir alle schon gesagt, mal gucken, wie lange das gut geht. So. Wie gesagt, ich nenne jetzt eben nicht den Namen dieser Person, aber ich kann euch eben versichern, dass das definitiv eine Person war, die letztes Jahr bei Ex on the Beach mitgemacht hat als Teilnehmer oder Teilnehmerin. So. Und eine weitere Teilnehmerin oder ein weiterer Teilnehmer hat mir ebenfalls geschrieben, unabhängig davon und hat ungefähr dasselbe berichtet, beziehungsweise noch mehr. Ja, ich musste hier ein bisschen was rausstreichen, auf jeden Fall, es ist von Lars die Rede. Lars hat der von Anfang an alles verboten und von vorne bis hinten kontrolliert und unterdrückt, hat die ihr auch abgeraten, dahin zu ziehen. Traurig, also diese Person hat selber Kontakt mit Jill gehabt, deswegen hat diese Person selber Jill abgeraten, eben dahin zu ziehen aufs Dorf. Traurig, dass es soweit gekommen ist, aber hatten es alle vorher gesagt, dann habe ich eben wieder gefragt, darf ich das anonym teilen, Person hat gesagt ja und dann hat die Person noch Folgendes erzählt, wir waren mal im, ich habe da jetzt den Club weggestrichen, weil ich, wie gesagt, einfach nicht will, dass sich rausfinden lässt, von welcher Person das kommt, damit die Person eben nicht auch noch belästigt wird, so wie Jill im Moment. Da hat er ihr eine Szene gemacht, weil sie jemanden angeschaut hat, der Typ hat so Komplexe und das dann safe an ihr ausgelassen. So, und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal klarstellen, dass ich habe eine oder zwei Nachrichten bekommen, wo Leute geschrieben haben, Eifersucht entsteht nur, wenn man jemandem einen Anlass gibt, eifersüchtig zu sein. Und das ist nicht so, das ist manchmal so. Ja, manchmal ist es so, dass Leute irgendwie flirten, dass Leute dies und das machen und der andere dadurch eben eifersüchtig wird oder dass jemand hinterm Rücken mit einem schreibt und derjenige findet, der andere, der Partner findet das raus und wird deswegen eifersüchtig oder so. Ja, gibt es, aber es gibt auch ganz, ganz viele Fälle von toxischen Beziehungen, wo die Person oder wo eine Person eben nichts macht und keinen Anlass gibt und die andere Person rastet grundlos aus und es gibt ganz, ganz viele Fälle, wo gerade Frauen, nicht nur, ne, auch Männer, aber wo gerade Frauen noch nicht mal andere Männer angucken dürfen, ohne dass der Freund ausrastet. Also nein, die Personen geben nicht immer einen Anlass dazu. Keine Ahnung, wie es hier war, weil ich, wie gesagt, nicht dabei war, sondern ich berichte hier von den Leuten, die die beiden eben kennen, aber das sollte wirklich mal gesagt werden, nein, für Eifersucht gibt es nicht immer einen Auslöser und die Person, die angeblich etwas gemacht hat, ist nicht immer die Schuldige. Eifersucht kann auch zum Beispiel was mit Projektion zu tun haben. Es gibt viele Fälle, wo Leute, die besonders eifersüchtig sind, gerade so eifersüchtig sind, ohne Grund, weil sie selber Dreck am Stecken haben. Keine Ahnung, ob das so ist, das will ich Lars auch nicht unterstellen, sondern das ist jetzt komplett allgemein gesprochen, aber das kommt durchaus oft vor, dass gerade die Leute, die selber Scheiße machen, das auf ihren Partner projizieren. Projizieren. Sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe, warum eine Person eifersüchtig sein kann oder zum Beispiel auch, weil die Person selber ganz, ganz tiefe Probleme hat, selber kein Selbstbewusstsein hat und mit sich zu kämpfen hat und vielleicht denkt sie, sei nicht gut genug oder so. Und nein, es ist nicht immer flirten oder wirklich, dass die Person etwas fabriziert, der Auslöser für Eifersucht, sondern das Opfer in dem Sinne kann auch wirklich, gut, das sagt das Opfer schon, aber kann auch eben wirklich unschuldig sein an der Situation. So, ich hoffe, man hat einigermaßen verstanden, was ich damit vermitteln wollte. Das war es jetzt erstmal mit dem Update. Wenn es weitergeht, dann reden wir natürlich nochmal darüber, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass Gilles Statement relativ ausführlich wird. Zumindest hat es sich so angehört, als wäre das doch schon ein bisschen was Ausführlicheres, was sie da auspacken möchte. Und darüber werde ich euch natürlich wie immer informieren. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal und sage bis zum nächsten Mal. Ciao! Halt, Stopp, doch noch nicht ausschalten. Leute, ich war jetzt gerade schon dabei, das Video zu schneiden. Es war alles schon fast fertig, aber dann habe ich eine weitere Nachricht bekommen von einem weiteren Kandidaten oder einer näher weiteren Kandidatin, die ebenfalls letztes Jahr bei Ex on the Beach dabei war. Das heißt, es sind wirklich, wirklich mittlerweile viele Leute, die sich zu Wort melden und ähnliches berichten. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ist der Hass auf Social Media gerade super, super krass. Und ich will wirklich nicht, dass diese ganzen Leute, die mir geschrieben haben, irgendwie auch belästigt werden oder vielleicht noch schlimmer ist oder was auch immer, weil sie sich für Gilles eben positionieren. Deswegen werde ich auch hier natürlich nicht sagen, um wen es sich bei dieser Person handelt. Aber ich kann euch eben versichern, dass es mittlerweile insgesamt drei Ex on the Beach Teilnehmer oder Teilnehmerinnen aus dem vergangenen Jahr waren, die mir eben diese Nachrichten geschickt haben. In dieser neuesten Nachricht, die ich jetzt bekommen habe, wurde ich auch gebeten, aus Gründen diese Nachricht auch nicht anonym hiermit reinzuschreiben, sondern eben nur verbal zu erzählen, was in dieser Nachricht geschrieben steht. Ich werde euch jetzt entsprechende Stellen, die ich vorlesen darf, aus dieser Nachricht auch vorlesen, damit ihr Bescheid wisst, was eben diese dritte Person dazu zu sagen hat. Und ich würde euch bitten, auch nicht darüber zu spekulieren, um wen es sich gehandelt haben könnte. Falls dazu Kommentare kommen, ihr könnt natürlich alles schreiben, was ihr möchtet. Aber bitte keine Spekulation zu diesem besagten drei Leuten aus dem letztjährigen Ex on the Beach Cast. Einfach nur, damit die Leute in Ruhe gelassen werden. Und das gibt schon Gründe dafür, dass wir eben deren Identität schützen wollen. Boah, es hört sich alles so richtig ernst an. Es ist auch voll ernst, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. So, ich lese jetzt ein paar Stellen vor. Und zwar, erste Stelle ist, er ist damals in der Show schon wegen Eifersucht häufig ausgerastet und sauer geworden. Er hat damals in der Show damit gedroht, einen Kandidaten mit einem Glas zu schlagen. So, und wir erinnern uns, dass Sascha deswegen rausgeflogen ist. Er hat ja gut, Sascha hat das Glas auch tatsächlich in die Hand genommen und hat schon so angedeutet, dass er eben dieses Glas auf Gilles schlagen will und ist eben rausgeflogen. Aber ich finde es auch super krass, dass man überhaupt damit droht, also das auch verbal, wenn man das Glas jetzt noch nicht in die Hand genommen hat. Auf jeden Fall schreibt diese Person weiter. Da wurde er auch von RTL im Anschluss verwarnt, da Gewalt nicht toleriert wird. Also anscheinend ist es so, wenn man ein Glas in die Hand nimmt, so wie Sascha, dann geht es schon zu weit. Aber wenn man nur verbal sagt, man würde jemanden mit einem Glas attackieren, dann ist das noch okay und dann gibt es eine Verwarnung. Für mich geht das jetzt schon zu weit, aber naja gut. Andere Stelle, die ich vorlesen darf, ist folgende. Nach der Show waren wir dann am Karneval alle zusammen feiern in Köln, was sich auch mit Fotos belegen lässt. Dort ist er im Club auch ausgerastet, als jemand mit ihr Fotos machen wollte und kurzen Smalltalk geführt hat. Dritte Stelle, die ich vorlesen kann, ist, aus relativ sicherer Quelle weiß ich auch, dass Lars wohl von einem Festival rausgeschmissen wurde, aufgrund einer Schlägerei, welche auch durch Eifersucht entstand. Dort war ich allerdings nicht persönlich dabei. So und das war es jetzt wirklich mit diesem Video. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin wie immer gespannt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Ciao!